Das war deutsch, oder? Hola, speak. Hola, speak. Schlaft ihr alle? Guten Tag. Schon besser. Es ist so schön, nach dem Mittagessen zu schlafen, ja? Correct, Patrick. Ist das so, Patrick? Ja, es ist so schön, zu schlafen. Ja. Aber wir sind ja nicht hierher gekommen, um zu schlafen, oder? Sie hatten die Möglichkeit, um zu schlafen. Aber in der Weise, Sie sagten dem Gott, Gott, Sie sind mehr wichtiger für mich, als mein Schlaf. Also natürlich hättet ihr die Möglichkeit, nach dem Mittagessen zu schlafen. Aber ihr habt gesagt, Herr, du bist mir heute wichtiger als mein Schlaf. Einige von euch sind von weit her gekommen. Warum kamen Sie? Weil ihr den Herrn liebt. Weil ihr den Herrn liebt. Ja. Also wenn ihr um eine Blume bittet, dann schenkt Gott euch einen ganzen Blumenstrauß. Ja. Das ist unser Herr. Wenn ihr nur ein bisschen bitten, dann schenkt er uns in Überfülle. Ja. So I pray that, may the Lord, who sees all our hearts, our desires, our efforts, und so bitte ich den Herrn, der all unsere Sehnsüchte, all unsere kleinen Bemühungen und Anstrengungen sieht, may fill you with peace, dass er wirklich euch mit Frieden erfüllt heute. Mit Heilung. Mit dem Heiligen Geist. Also jetzt zur Abschlussreflexion, zur Abschlussbetrachtung, an diesem Wochenende nehmen wir das Pfingstereignis. Ja. So, this is from the Acts of the Apostles, chapter 2. Das finden wir in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Ja. Wenn Pentecost Day came, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sie sich alle an einem Ort. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie weil ein heftiger Sturm daherfährt, which filled the entire house in which they were sitting. Und da füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer. Und die verteilten sich auf jeden von ihnen und ließen sich darauf nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie es der Geist ihnen eingab. Das war der erste Abschnitt. So, meine Frage, die ich euch jetzt stelle, ist folgende. Wer war, dass sie sich da alle versammelt hatten? Die Apostel und die Mutter Gottes. Die Apostel und die Mutter Gottes. Die Apostel und die Mutter Gottes. Ja, also, some other, no? Some other people also. Und noch ein paar andere Leute waren da. Okay? Some others also were there. Auch noch einige andere. Why did they were together? Warum waren sie zusammen? Because of fear? Because of fear? Okay. Weil Jesus es ihnen gesagt hatte. Ja, that's the answer. Actually, that is what I wanted. Why? Because Jesus told them to stay together, wait here in Jerusalem, till you receive the Holy Spirit. Weil Jesus es ihnen gesagt hatte. Er hatte gesagt, bleibt in Jerusalem, geht nicht von dort fort, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt. So, that's why they were staying. And we say that whoever surrenders their will to the will of the Lord. Und wir haben gesagt, wer immer seinen Willen, dem Willen Gottes unterordnet. What happens? Was geschieht da? God comes to their help. Da wird Gott ihnen zu Hilfe kommen. Because it was Jesus who told that all of you should wait here. Weil Jesus war es doch, der ihnen gesagt hatte, ihr sollt hier bleiben und warten. And they obeyed. Und sie haben gehorcht. So what happened? Und was geschah? They got the Holy Spirit. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Because they obeyed. Weil sie gehorcht haben. Okay. You know, when do Christianity, when do we see the starting of Christianity? Wo sehen wir den Beginn des Christentums? There were the birth of breaking, birth and treating. When do the church was born? Wann wurde die Kirche geboren? When does? Pentecost. Pentecost. So, Pentecost, the church was born on the day of Pentecost, right? Also die Kirche wurde geboren am Pfingstfest. Ist das richtig? Yes or no? Stimmt das? That day she was there. Und an dem Tag war die Mutter Gottes dabei. Yes or no? Stimmt das? And the day when Jesus was born, she was there. War sie auch dabei, oder? Because God was born in her. So, when Jesus came to the world, that day she was there. Also, an dem Tag, als Jesus geboren war, war die Mutter Gottes da. Und an dem Tag, als die Kirche geboren wurde, war sie auch da. See all the important moments of life, of the life of Christianity. Also, in allen wesentlichen Momenten des christlichen Lebens, she was there. War die Mutter Gottes dabei. There. Da unter dem Kreuz. She was there. War sie da. Yes or no? Stimmt das? Yes. That means, all the important moments of our life, we should call her. Das heißt, für uns, in allen wesentlichen Momenten unseres Lebens, sollten wir die Mutter Gottes zu uns rufen. Important moments. For example, in the wedding in Canada, they called Mother Mary. Also, auch bei der Hochzeit zu Canada, da haben sie die Mutter Gottes gerufen. So, similarly, all the important moments in our life, we should ask Mother Mary to come with Jesus. Und vergleichbar sollten wir in allen wesentlichen, wichtigen Momenten unseres Lebens die Mutter Gottes rufen, damit sie mit Jesus kommt. Okay. Okay. Heute Morgen haben wir gehört, dass am letzten Tag des großen Festes Jesus hinging und rief, wer immer dürstig ist, der komme zu mir und trinke. Und wir haben gesehen, dass es bei den Juden drei große Feste war, an denen sie zum Tempel gingen. Einmal das Passchafest, wo sie sich daran erinnerten, wie Mose sie durch das Rote Meer geführt hatte. Then the second one was the Feast of the Shelters. Das zweite war das Laubhüttenfest, where God protected them, provided them food in the desert, gave water in the desert. Und das Laubhüttenfest erinnerte daran, dass Gott sie während ihrer Zeit in der Wüste beschubst hatte und ihnen zu essen und zu trinken gegeben hat. Und das letzte Fest ist eben das Pfingstfest. Und die Juden, woran erinnert sie sich an beim Pfingstfest? Und sie erinnerten sich an diesen Pfingstfest daran, dass Gott, Dr. den Berg Sinai, dem Mose erschienen ist und ihnen die Gesetzestafeln gegeben hat. Remember, on that day, they gave, God gave Moses the law. Also erinnert euch an diesen Tag, gab Gott Mose das Gesetz. Where? Wo? Mount Sinai. Auf dem Berg Sinai. Und wo sind wir jetzt? Von Pentecost? Nein, wo waren die Jünger am Pfingstfestabend? In der Abendmahlsaal. In der Abendmahlsaal. Ja, in der Abendmahl. Was ist das Besondere des Abendmahlsaals? So this was the first time they are meeting in der Abendmahlsaal? No. No. Where did they meet before? Das erste Mal im Abendmahlsaal, bei the last supper. Yes. Beim letzten Abendmahl waren sie dort auch. So remember, on Mount of Sinai, God gave them law. Also erinnern wir uns, auf dem Berg Sinai hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. Then let's come to the upper room. Gehen wir jetzt in den Abendmahlsaal. And in the Pentecost also in the upper room. Also das Pfingstfest ereignet sich jetzt im neuen Bund eben auch im Abendmahlsaal. So in the upper room, what did God give? Was hat Gott ihnen im Abendmahlsaal gegeben? Holy Spirit. Yeah. Before? On the first room? His bread. Yeah. See, on the last supper in the upper room, first, he gave himself. Also beim Abendmahl hat Jesus sich selbst seinen Jüngern dort gegeben. In the Old Testament, God gave the law. Im Alten Testament hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. In the New Testament, he gave the giver of all law, giver of everything. Im Neuen Testament hat er sich selbst, der Geber aller Gaben, hat sich ihnen selbst geschenkt. See, there are two gifts, God the Father can give to us. Also es gibt zwei Geschenke, die Gott uns geben kann. And two are the best. Und das sind die beiden besten Geschenke. Which are those two? Was sind diese beiden? The first is the law. The God, God the Father. Gott der Vater. First, there are two things, God the Father can give us. The first is Das erste, was Gott der Vater uns gegeben hat. His son. God so loved the world, that he gave his only son. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahin gab. So in the upper room, Also im Abendmahlzeit First, God gave the Son. Hat Gott uns seinen Sohn geschenkt. Then after a few days. Und dann einige Tage später. Und Pentecost. Dann am Pfingstfest. God gave the second gift. Hat Gott uns das zweite große Geschenk gemacht. What is that? The Holy Spirit. Ja, natürlich. Jetzt wisst ihr, das ist der Heilige Geist. So both happen in the same room. Und das beides geschah in dem selben Raum. In the upper room. Im Abendmahlsaal. No, Jesus was given himself in the upper room. And the Holy Spirit was given in the upper room. Jesus hat sich selbst geschenkt im Abendmahlsaal. Und der Heilige Geist war geschenkt im Abendmahlsaal. Ja? Okay. Then there is another thing. Okay, let's read. Continue. Und dann gibt es da noch etwas anderes. Lesen wir weiter. Now there were devout men living in Jerusalem from every nation under heaven. And at this sound they all assembled. In Jerusalem aber wurden Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Einzig das Getöse erhob, strömte die ganze Menge zusammen. And each of them were bewildered to hear the Eastman speaking his own language. Und jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Ja? So it is like, I am talking to you in English, but you are hearing in Polish, and you are hearing in Malayalam, you are hearing in German. Also es ist so, wenn ich jetzt hier in Englisch zu euch spreche, dann versteht ihr das in Polnisch, und Alex versteht das in Marjana, und Karl in Deutsch. Okay. It is like that. So they were wondering, oh, they are speaking our language. Und sie wunderten sich, sie sprechen in unserer Sprache. Okay. They were amazed and astonished. Sie waren erstaunt. Okay. So, how did these people come? Wie sind diese Leute alle dahergekommen? They heard the sound. Sie haben das getötet. See, remember, I would like to compare what happened in Mount Sinai and on Pentecost. Also erinnert euch, ich wollte mit euch vergleichen, was auf dem Berg Sinai geschehen ist und was am Pfingsten geschehen ist. Also erinnert euch daran, als der Heilige Geist herunterkam, begannen sie in Zungen zu reden. So, and they were all able to hear in their own language. And hearing this sound, people were coming. And they all heard in their own mother tongue. Und sie alle konnten sie in ihrer Muttersprache verstehen. Okay. Then what happened? Und was geschah danach? Then Peter gets the courage. Und dann wurde Petrus mutig. We see in Verse 14. Das sehen wir in Verse 14. No, Peter stood up with the dilemma, I trust them. And no, he said, no. Da tat Petrus auf, zusammen mit den Elfen. Er hob seine Stimme. Jesus is the Lord. Und er verkündete, Jesus is the Lord. And you have killed Jesus. Und ihr habt ihn getötet. Jemand, Petrus, der vorher nicht getraut hatte, sich zu sagen, dass er ihn überhaupt kennt. Einer Magd gegenüber. Three times. Drei Mal hat er das nicht getraut zu sagen. Und jetzt hat er diesen Mut, sogar für Jesus zu sterben. So what happened? Then afterwards, we will see, after a few sentences, we see, that day itself, 3000 men were baptized. Und was geschieht durch diese Predigt des Petrus, wir sehen, dass nachher, dass an diesem einen Tag 3000 Menschen sich taufen ließen. Ja. No, Verse 41 tells, there were about 3000 added to their number on that day. In Vers 41 heißt es, an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Okay. So this is what happened on the Pentecost. Also das war das, was im Pfingstfest geschehen ist. The same thing which happened, almost same things have happened in Sinai. Und ungefähr dasselbe ist damals auch auf dem Berg Sinai geschehen. Also Gott hat ihm das Gesetz gegeben. And there was sound, when God came thunder and lightning and there was sound. Und auch da gab es ein Getöse und Lichterspiele. Here also, no, like a wind and storm in Pentecost. Auch beim Pfingstfest haben wir das gehört, ein Getöse, ein Sturm. No? And they were given law here, they were given Holy Spirit. Auf dem einen bekamen sie das Gesetz und am Pfingsten bekamen sie den Heiligen Geist. Then what happened? Und was geschah dann? Moses war 40 Tage auf dem Berg Sinai und kam dann herunter. Während er runterkam, hörte er so ein Geräusch, ein Lärm. What was that noise? Was war das? They were. What was the noise? After getting the law, after 40 days, he was coming down from Mount Sinai. Then they saw a big noise down. Da unten sah er so einen großen Lärm. Was war das? Sie tanzen das goldene Kalb. Yeah, they were dancing and singing at, you know? Also die Juden tanzten und sangen um das goldene Kalb herum. Yeah. Sie beteten diesen Götzen an. Also was geschah? Moses wurde wütend. And Moses said, whoever is with me, come to this side. Whoever is with the Lord, come to this side. Also wer immer zum Herrn steht, der komme auf diese Seite, sagte Mose. And they came. Some of them. They were called Levites. Yeah. Then you know what happened. And those who were disobeying, Moses told them, kill them. Und die, die ihm nicht gehorchten, bekamen den Auftrag, dass sie getötet wurden. And they killed. Und sie wurden getötet. You know how many people were there? Wissen Sie, wie viele das war? 3,000. Yes, 3,000. Ja, 3,000 waren das. Yeah? That we will see in Leviticus chapter 20. Wenn wir das nachschlagen wollen, müssen wir im Leviticus nachschauen, im Kapitel 20. Or Exodus 32, 28. Dann nehmen wir lieber Exodus 32, 28. Yeah. Exodus 32, 28. Exodus 32, 28. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3,000 Mann. See, on the day, when they got the law, 3,000 people were killed. Also, on the day, wo das Gesetz gegeben wurde, wurden gleichzeitig 3,000 Menschen getötet. No? After getting the law on the 40th day, no? Nach diesem 40th Tag, wo das Gesetz gegeben wurde. But on the day, they received the Holy Spirit. But on the day, when they received the Holy Spirit, 3,000 people entered into the church. Wurden 3,000 Leute für die Kirche dazugewonnen. They experienced the Lord. And they experienced the Lord. You know, when Jesus was there, When Jesus was there, he did not convert so many people. Hat Jesus nicht so viele Menschen bekehrt. Have you seen Jesus converting 3,000, 5,000, like that? Is that irgendwo geschrieben, dass Jesus 3,000 oder 5,000 Leute bekehrt? Erst als der Heilige Geist gekommen war, war dieses Wachstum in der Kirche. Also, wenn der Heilige Geist kommt, dann verändert er uns. Also, wir haben gesehen, wenn der Heilige Geist kommt, dann bekommen wir einen übernatürlichen Mut. Ja. Then, what will happen? Und was geschieht? Und die Leute waren überrascht, dass Petrus so sprach. Sie kannten ihn doch als Fischer. Wie kann er so sprechen? Also, wenn ihr mal in der Apostelgeschichte das zweite Kapitel lest, Dann können wir das sehen. Peter calls 7 Prophets from the Old Testament. Dann zitiert Petrus in seiner Rede 7 Propheten des Alten Testaments. Taking a few words from 7 places. Auf 7 verschiedenen Stellen des Alten Testaments zitiert Petrus. Ja. An diesem einen Tag. Er hat das nicht gelernt. So, the second thing, Holy Spirit gives, is he gives wisdom. Und das zweite, was der Heilige Geist schenkt, ist Weisheit. Wisdom means taking the correct decision, the decision what God wants. Weisheit heißt es, wie die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Dinge tun, das was Gott will. Then another one, we see the conversion of the people. So many will change. Und dann haben wir gesehen, wie vielen Bekehrungen. So viele haben sich bekehrt zum Herrn. Change of heart. Ihr Herz wurde bekehrt. Ihr Herz wurde verändert. Then another one is, they will not glorify themselves, but they will glorify him. Und das nächste ist, dass sie nicht sich selbst verherrlichen, sondern dass sie Gott die Ehre geben. So, you know, one day, when Peter and John were going to the temple, erinnert euch an die Begebenheit, als Petrus und Johannes zum temple gingen, there was a person, a lame person. Da gab es einen Gelähmten. Ja. He asked him to give something. Er war Bettler und bettelte. Ja. Was haben sie ihnen gegeben? Nothing. Sie hatten nichts zu geben. So, Peter und Johannes haben gesagt, wir haben neither Gold nor Silber zu geben. Silber und Gold haben wir nicht. Aber das, was wir haben, das können wir euch geben. Was haben sie? So, Papa, auf Jesus. We give. So, neither Gold nor Silber we have, we give what we have. In the name of Jesus, get up and walk. Also, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das werden wir dir geben. Und wir sagen dir, im Namen Jesu, steh auf, geh. Und er stand auf und ging. Und weil das geschehen war, wollten die Juden Petrus und Johannes töten. Und später, als sie gefragt wurden, was da geschehen war, sagten sie, nein, wir haben den, wir haben ihn nicht geheilt. Dann they said, wir haben ihn nicht geheilt. No, we are like you. Wir sind so wie ihr. Aber es ist der, den ihr gekreuzigt habt, der diesen Mann geheilt hat. See, giving all glory, all honor to the Lord. Also, alle Ehre gebührt dem Herrn. See, then what will happen? Und was geschieht dann? No, when the Holy Spirit comes, we will see that. Das sehen wir, wenn der Heilige Geist kommt. We will see the glory of the Lord with our own eyes. Wir werden die Herrlichkeit Gottes mit unseren eigenen Augen wahrnehmen. See, if you start reading the Acts of the Apostels. Also, wenn ihr anfangt, die Apostelgeschichte zu lesen. You will see how many times the Holy Spirit worked wonders in their life. Dann sehen wir, wie oft der Heilige Geist in ihren Leben und durch ihr Leben Wunder gewirkt hat. So many blessings. See, now the lame is getting healed. Also, der gelähmt ist jetzt schon mal geheilt. Er läuft wieder herum. Okay. Then, can you tell some other miracles they have done? Fällt euch noch ein anderes Wunder ein, was durch die Apostel geschehen ist nach Pfingsten? Remember, when all those people who were coming, you know, with sickness, all were getting healed. Also, alle, die mit Krankheiten kamen, wurden geheilt. Then, you know what happened. Everybody cannot go and meet Peter and all. So, what did they do? Also, nicht alle konnten ja Petrus und die alle treffen. Was haben sie da gemacht? What did they do? They took sehr, sehr, sehr... Yeah. So, what did they do? They kept all these people near the road, so that when Peter goes, at least his shadow will follow them. Also, die Leute haben sich alle an die Straßen gesetzt und wenn Petrus vorbeigegangen ist, hat nur ihr Schatten sie berührt. At least the shadow. Nur der Schatten fiel aus. Not even the clothes. Nicht einmal die Kleidung hat sie berührt. Just the shadow. Nur der Schatten fiel aus. Why? Warum? Because they were filled with the Holy Spirit. Weil sie wirklich erfüllt waren vom Heiligen Geist. See, the person who is filled with the Holy Spirit, his shadow itself, when he falls on you, you will be healed. Also, wenn du wirklich erfüllt bist vom Heiligen Geist und dein Schatten auf jemand anderen fällt, dann ist er geheilt. No, that is in the scriptures. Das steht in der Heiligen Schrift. Not only that. Und nicht nur das. No, Holy Spirit started to have flight service. Und der Heilige Geist ist auch so ein Flugservice begonnen. Last day we said about Philipp, no? Wir haben das doch in den letzten Tagen beim Philippus gesehen. And after meeting the eunuch, that second, he took Peter, sorry, Philippus to another town. Da heißt es, nachdem er den eunuchern getauft hat, auf einmal entschwand Philippus und man fand ihn an einem anderen Ort wieder. No, faster than the fastest flight in the world. Das ging schneller als der schnellste Flug in dieser Welt. See, because he is God. Weil er Gott ist. No? See, these are the wonders God does in the lives of the apostles. Also, das sind die Wunder, die Gott in dem Leben der Apostel gewirkt hat. Weil er ist der Heilige Geist. No? Spirit of Power. Der Geist der Kraft. No? Spirit of Power. Der Geist der Kraft. You know, when God created the world. Als Gott die Welt geschaffen hat. It is written in the scriptures Genesis, first chapter. Da lesen wir im ersten Buch Genesis. That the spirit was over. Der Geist schwebte über dem Wasser. So, when the spirit was moving. Wenn der Geist sich bewegte. The word of the Lord King. Dann kam das Wort Gottes dazu. Then creation happened. Und dadurch entstand die Schöpfung. So, you know, when, now we are speaking the word of God. Also, jetzt, jetzt gerade verkünden wir das Wort Gottes. So, this word of God, when it falls into a person who has the movement of the spirit. Also, wenn dieses Wort Gottes jetzt in eine Person fällt, in dem die Bewegung des Heiligen Geistes ist. Was geschieht dann? Wunders happen. Dann werden Wunder geschehen. No? To the people who has the Holy Spirit. Bei den Menschen, wo wirklich der Heilige Geist ist. Wenn da das Wort Gottes hineinfällt. No? It starts to produce hundred times fruit. Dann bringt es hundertfältige Frucht. No? Das ist das, was wir auch am Anfang der Schöpfung gesehen haben. Und in all diesen Tagen haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. So, as we are now going to end of this, how can we get the Holy Spirit? Also, wenn wir jetzt zum Ende kommen, stellen wir uns nochmal die Frage, wie können wir jetzt den Heiligen Geist bekommen? Do you have the Holy Spirit? Habt ihr den Heiligen Geist? Yes. Also, jeder, der sagt, Jesus ist der Herr, kann dies nur sagen im Heiligen Geist. Also, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes können wir das nicht bekennen. Und wie empfangen wir den Heiligen Geist? Wir sollen Durst haben. Wir sollen bitten um den Heiligen Geist. No, we should believe in Him. Wir sollten an den Heiligen Geist glauben. Und wir warten auf ihn. So, today, we are once again going to ask the Lord, Lord, stir the Holy Spirit inside me. Und so bitten wir den Herrn heute nochmal in den Heiligen Geist. Und wir bitten ihn, dass er den Heiligen Geist, der in uns ist, aufrührt. So, wie wir es am ersten Tag gesagt haben. Indem wir das Gebet des Petrus gesprochen haben. In der Apostelgeschichte 4,30. Herr, sende deinen Heiligen Geist auf uns herab. So, dass wir in der Lage sind, dein Heiligen Geist auf uns herab. Dein Wort freimütig zu verkünden. Strecke deine Hand, Lord. So, dass Heilung und Wunder geschehen. Und zerbreche alle Ketten des Bösen. Im Namen Jesu. Das werden wir heute noch einmal beten. Und wir werden uns erinnern. Wir haben immer auf die Führsprache unserer lieben Gottesmutter gebetet. Immer da, wo entscheidende Dinge im Leben Jesu passiert sind, war die Mutter zugegen. Und so auch an diesem Tag. No, when we had the procession in the parish. So, an important even in the parish. Eucharistische procession. Und sie ist mitgegangen. Und sie ist mitgegangen. Und sie ist mitgegangen. Und sie wurde mitgetragen. Ja. So, an diesem Tag, lasst uns sie auch an diesem Tag bitten. Liebe Mutter. Liebe Mutter. Du bist die Braut des Heiligen Geistes. Bitte für uns bei deinem Sohn. Dass er uns den Heiligen Geist schenkt. Dass wir von den Früchten des Heiligen Geistes erfüllt werden. Mit dieser Liebe. Mit dieser Freude. Mit diesem Frieden. Mit dieser Patience. Mit der Geduld. Mit der Freundlichkeit. Mit der Zärtlichkeit. Mit der Güte. Mit Selbstkontrolle. Lord Jesus. Streck deine gewaltige Hand über uns aus. Um uns zu heilen. Und dass alle bösen Einflüsse, die unser Leben stören, sie mögen zerbrochen werden. Im Namen Jesu. Lord Jesus. Lieber Jesus. Danke, Herr. Wir brauchen dich. Danke, Jesus. Wir vertrauen dir. Komm, Heiliger Geist. Komm, durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so vielgeliebten Braut. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020